Was ist die Zukunft? Ich, schon vor gut 20 Jahren zusammengesessen haben. Es sind viele Jüngere hier, die denken jetzt, ach jetzt kommen die Geschichten von weißt du noch damals. Aber eigentlich muss man sagen, dass damals der Grundstein für das gelegt worden ist, was wir haben heute. Wir saßen mit drei, vier Leuten zusammen, drei von der Fachhochschule. Ich war damals noch nicht in der Position, in der ich heute bin. Und wir diskutierten darüber, was kann werden. Was kann man machen? Welche neuen Anstöße für die Zukunft kann man geben? Einer unter uns ist leider sehr früh verstorben. Der hatte enorme Ideen, was man an Innovation aus einer Fachhochschule, aus der Zusammenarbeit von Fachhochschule und Wirtschaft machen kann. Und es ist, glaube ich, bis heute hin ein wirklicher Verlust, dass Herr Professor Fellner so früh verstorben ist. Herr Professor Granow hat all das, was er damals mit uns gemeinsam oder in unserem Beisein, muss man ja sagen, an Ideen entwickelt hat, umgesetzt. Er hat eine virtuelle Fachhochschule gegründet, E-Learning-Studiengänge aufgelegt, Kooperationen geschaffen, zusammenarbeitet mit anderen Bildungseinrichtungen, mit anderen Fachhochschulen. Und so kann man heute, 20 Jahre später, sagen, dass die virtuelle Fachhochschule Lübeck, das Online-Lernen in Lübeck, nicht nur eine der ersten Einrichtungen in Deutschland war, sondern heute auch eine der bedeutendsten ist, wenn nicht die führende auf diesem Sektor. Wer hätte das damals gedacht? Und das ist eine tolle Leistung, Herr Professor Granow, die ganz wesentlich von ihrer Innovationskraft, von ihrer Energie, von ihrer Beharrlichkeit lebt. Seneca sagt, Beharrlichkeit ist die wichtigste Eigenschaft des Menschen. Da ist wahrscheinlich etwas dran. Nur wenn man an den Ideen dran bleibt und sie dauerhaft verfolgt und nicht jeden Tag eine neue, eine andere verfolgt, kann man Erfolg haben und das zeigt sich hier. Ich wäre vermessen, wenn ich behaupten würde, ich könnte Ihnen hier einen Fachvortrag halten über das, was Mugelmutz ist. Das wäre auch Unsinn, weil Martin ist hier der Erfinder von Mugelmutz, der kann das alles viel besser als ich und insofern kann das nur peinlich werden. Darum will ich abschließend nur herzlich gratulieren dafür, dass die Fachhochschule für dieses Feld, für die Aktivitäten auf diesem Feld den Preis, den Innovationspreis des Stifterverbandes erhalten hat. Den kriegt man nicht, weil man schöne blaue Augen hat und den kriegt man auch nicht wie manche Preise, weil man nun mal dran ist oder weil man gute Beziehungen hat, sondern den kriegt man nur dann, wenn man tatsächlich Innovationen zu bieten hat, wenn man Neues hat, wenn man dran bleibt, wenn man eine führende Rolle in der Erneuerung der Landschaft hat. Die Strategie, die ausgezeichnet worden ist, heißt nicht, wir wollen das Virtuelle, das Digitale an der Fachhochschule stärken, sondern wir wollen die gesamte Fachhochschule digitalisieren. Das Bildungswesen letztlich, irgendwo muss es anfangen, aber wenn es an einer University of Applied Science anfängt, dann ist das ja nicht der schlechteste Ort, um solche Innovationen zu beginnen. Strategie 2020 ist der Name, es hat den Stifterverband überzeugt und hat dazu geführt, dass dieser Preis übergeben worden ist, der eine schöne Auszeichnung ist, der aber auch die Route vor dem Hinterteil ist, nämlich dafür sorgt, dass man nun auch weiterhin liefern muss, dass die Innovation auch voranschreiten muss. Wenn die Stadt dabei irgendwas unterstützen kann, will sie es gerne tun, aber Sie wissen, Herr Professor und Sie alle, dass Fachhochschulen, Hochschulen, Universitäten, Bildung, Forschung, Wissenschaft in erster Linie Landesaufgaben, nicht kommunale Aufgaben sind. Trotzdem ist es richtig, dass sowas besser gelingt, wenn auch die örtliche Gemeinschaft, wenn auch die Kommune mit im Boot ist. Das sind wir, wollen wir gerne sein und wollen nicht nur auf der Bank der Passagiere sitzen, sondern da, wo es geht, auch kräftig mit Rudern. Also nochmal schön, dass Sie alle hier sind. Ich wünsche Ihnen einen interessanten, erfolgreichen, inspirierenden Kongress und der Einrichtung weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus